Hallo meine Lieben, Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe schon gerade vier Autorennspiele gemacht. Die kommen auch so in knapp 20 Minuten online. Und dann könnt ihr euch die gerne ansehen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wundert euch nicht, wenn ich hier manchmal... Ah, Kamera, hallo! Ein bisschen schnäufelig, bin ein bisschen krank. So. Danach muss ich mir erstmal eine wohlverdiente Pause hier aufnehmen. Weil ich bin hier schon gefühlte 30 Millionen Renngrade gefahren. Und dann muss ich erstmal eine gute Pause machen. Weil ich bin jetzt echt fertig. Ich bin, glaube ich, einmal Zweiter geworden, sonst viermal Erster. Ne. Hä? Bin einmal Zweiter geworden und bis jetzt bin ich sonst nur Erster geworden. Ach, da geht es schon los. Und wieder online. Wieso muss ich immer online spielen? Das ist immer geil. 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 Also, es ist immer geil. Da geht es. Das ist immer geil. Achso, ich habe kurz das Rehnenfeld gegessen, ich werde so vergesslich, ach du Kacke, ich bin hier fast quergekommen, da merke ich nicht, ich brauche neue Reifen. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ich habe es so in Formel 1 spielt, das kann ich auf so einer ganz alten One, und das könnte ich dann ja auch mal spielen, ich muss nur mal dann hinkriegen, wenn ich das mal spielen soll, wie ich das mit der Kamera herbekomme, weil das ziemlich schwierig dann zu halten ist, weil die man wie ein Handyspiel dann halten muss. Und zwei Hände braucht man dafür und zwei dafür, das geht doch irgendwie gar nicht. Oh, mir ist gerade aufgefallen, ich bin Erster. Sorry Jungs und Mädels. So. Wieder Gang wechseln und Gas geben. Ach da kommt, kommt das einer, ei, 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 ei. Wir haben einen guten Vorsprung. Und ein bisschen hier mal rumschauen, ein bisschen hier mal rumschauen, ein bisschen hier mal rumschauen. Und erster, wie geschmiert, wie geschmiert läuft man das hier. Ah, erstmal kurz lang dehnen. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare gleich schreiben, wie es euch gefallen hat. Ähm. Und ja, dann würde ich sagen, ciao Leute.